Darum hat sich Angelina Heger einer Brust-OP unterzogen. Jahrelang war das Model unzufrieden mit ihrer Oberweite. Den Grund hat sie nun im Interview mit der InTouch verraten. Meine Brüste sind nicht gleich groß, links habe ich etwas mehr als auf der rechten Seite. Das stört mich natürlich, erklärte die 24-Jährige. Ihr Freund Leonard Freier hat sie bei der Entscheidung natürlich voll und ganz unterstützt. Lina fühlte sich unwohl, ich finde die OP völlig in Ordnung, erklärte der 31-Jährige. Und das Model ist mit ihrer kleinen Verbesserung auch voll auf zufrieden, wie sie weiterverraten hat. Ich bin happy, alles hat geklappt, habe aber noch Schmerzen. Ich sehe schon den Unterschied und die Symmetrie. Ich freue mich, wenn alles abgeschwollen ist. Und Leonard sich sicher auch schon, erklärte sie weiter. Oh ja, das wird er ganz bestimmt.